Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Energiesicherheit und Klimaneutralität wichtiger als Moral. Von der Leyen, Aserbaidschan, Putin und die Doppelmoral. Ein Bericht von Stefan Kaspar-Beers. Die Präsidentin der EU-Kommission von der Leyen traf sich im Juli 2022 in Baku mit Ilham Aliyev, dem Präsidenten von Aserbaidschan. In diesem Treffen wurde verabredet, dass Aserbaidschan die Liefermenge an Gas bis 2027 mehr als verdoppelt. Momentan liefert das Land 8,15 Milliarden Kubikmeter. Schon ab nächstem Jahr soll die Liefermenge auf dann 12 Milliarden Kubikmeter steigen. In den nächsten fünf Jahren sollen die Gaslieferungen dann sogar auf 20 Milliarden Kubikmeter erhöht werden. Von der Leyen und ihre hymnischen Worte über Aserbaidschan und seinen Präsidenten. Nach dem Treffen mit Aliyev sagte von der Leyen in ihrem Statement, Zitat, Vielen Dank, Herr Präsident, für den herzlichen Empfang hier in Baku. Und danke, dass Sie sich für die Europäische Union einsetzen und sie unterstützen. Denn schon vor dem brutalen Einmarsch Russlands in die Ukraine waren die russischen Gaslieferungen nach Europa nicht mehr zuverlässig. Die Europäische Union hat daher beschlossen, sich von Russland wegzudiversifizieren und sich zuverlässigeren, vertrauenswürdigen Partnern zuzuwenden. Von der Leyen spricht über Ilyam Aliyev also von einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partnern. Der dafür sorgen soll, dass die EU nicht nur Energiesicherheit bekommt, sondern auch klimaneutral wird. Aserbaidschan aber ist ein Land, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt. Ein Land, in dem politisch Andersdenkende verfolgt werden. Unter der Führung von Ilyam Aliyev wurden darüber hinaus über viele Jahre deutsche und europäische Abgeordnete mit Geld sowie Sachgeschenken bestochen und systematisch Einfluss gekauft, um im Europarat sowie im Bundestag Entscheidungen zugunsten Ilyevs zu beeinflussen. Unter dem Begriff Kaviar-Diplomatie wurde der Umfang der Korruption erstmals durch die europäische Stabilitätsinitiative im Jahr 2012 aufgedeckt. Ein Recherche-Kollektiv aus vielen Medien, darunter die süddeutsche Zeitung Le Monde, The Guardian und der Tagesanzeiger, fand heraus, dass insgesamt 2,5 Milliarden Euro bei 16.000 Transaktionen über vier Briefkastenfirmen für Bestechungen genutzt wurden. Nun wollen wir nicht unterstellen, dass Frau von der Leyen auch zu den derart Beschenken gehört, aber ihre geradezu hymnischen Worte über Ilyam Aliyev haben vor diesem Hintergrund mehr als nur ein Geschmäckle. Aserbaidschan und Kriegsverbrechen Der Ausbruch heftiger Kämpfe zwischen den Armeen Aserbaidschans und Armeniens in Bergkarabach im September 2020 hatte zur Folge, dass die armenische Zivilbevölkerung zahlreiche Menschenrechtsverstöße erlitt. Laut Amnesty International verübten aserbaidschanische Streitkräfte in Bergkarabach Kriegsverbrechen. Mehrere Videos, deren Echtheit überprüft wurde, zeigten die Misshandlung von Kriegsgefangenen und anderen Gefangenen, Enthauptungen sowie die Schändung von Leichnamen feindlicher Soldaten. Von der Leyen und die Doppelmoral Da stellt sich die Frage, ob für Frau von der Leyen etwa das Leben eines Armeniers weniger wert ist als das Leben eines Ukrainers. Die Haltung der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Überfall Russlands auf die Ukraine ist hinlänglich bekannt. Sie vertritt zu Recht die Auffassung, dass man nicht wie Putin einfach ein anderes Land überfallen kann und ist daher eine der konsequentesten Verfechter der Sanktionen gegen Putins Russland. Im Falle von Aserbaidschan aber spielen derartige Überlegungen offenkundig keine Rolle. Zwar beschuldigen sich Aserbaidschan und Armenien gegenseitig, für das Wiederaufflammen der Kämpfe in Bergkarabach verantwortlich zu sein, daher ist die Lage nicht so eindeutig wie beim Überfall Putins auf die Ukraine. Aber das korrupte Regime von Ilem Aliyev in Aserbaidschan gehört eindeutig auch auf die Sanktionsliste der EU, wenn eben von der Leyen und die EU die von ihnen vertretenen moralischen Positionen wirklich ernst meinen würden. Aber das ist offenkundig nicht der Fall. Energiesicherheit und vor allem, dass angeblich Aserbaidschan Europa dabei helfen würde, klimaneutral zu werden, scheinen wichtiger als moralische Überlegungen. Faktisch heißt das, Energiesicherheit und Klimaneutralität sind wichtiger als Menschenrechte und Moral. Diese Doppelmoral lässt tief blicken. Frau von der Leyen handelt daher zutiefst unmoralisch, während sich stets das Mantra vor sich her trägt, wir sind die Guten.